Nische im Live-Let's-Play. Diesmal auch nicht alleine. Diesmal muss man sich nicht als Soziopathen verkaufen, sondern der Flo ist dabei. Servus! Moin moin! So, endlich mal Nische goes Mainstream. Das heißt, wir ziehen uns heute mal Hand rein. Eines der besten Spiele, die je gemacht wurden, nach meiner bestandenen Meinung. Und für dich ist es ja so eine 7,5 Garbage von der Stange. Spider? Ja, aber ich muss mit Sniper spielen. Oder sollen wir Contract 2 Spider Butcher? Dann haben wir die Wahl. Wunderbar. Ready! Ready up! Fürs Publikum nehmen wir natürlich die Ladezeiten von dreieinhalb Tagen pro Map einfach gerne mal mit. Ach, und der Sound muss aber nicht sein. Doch. Den muss jeder mal gehört haben. Ja, der Chat-Sound ist nämlich, äh, des Zorns. Insofern. Ja, estimated, äh, estimated Maximum Waiting Time ist ja... Schon zum Viertel oben, also läuft bei uns. Hashtag gönn dir. Eine Gönnung muss sein. Sehr schön. Ja, ne, ich bin mal gespannt, wie sich die Sniper jetzt mal anfühlen. Ja, wir könnten schon mal, ohne zu viel vorwegzunehmen, ich bin eher der, äh... Ja, lass uns den unteren nehmen. Unteren Spawnpunkt. Beck ist eher so das Meat Shield. Genau. Binde mich vor den Panzer und ich fange jede Patrone ab. Und du bist eher der, der wirklich was kann. Was ist das? Ui. Du kannst da nochmal lieben, wenn du bist. Ja, das machen wir nicht. Das ist aber neu. Wollte grad sagen, ist alles neu hier. Ja, aber es kam ein Update. In der Tat? In der Tat. Zwei Minuten drin. Ja, das Problem ist, dass ich mit der Sniper, glaub ich, diesmal nicht viel reißen werde. Das heißt, du darfst diesmal die Kills machen. Ha. Und ich schau zu. Ich mach die Calls, du machst die Kills. Ja, ich hab eigentlich nur einen netten Hut auf. Das ist eigentlich alles, was ich kann. Sehr schön. Und das Problem ist, wenn ich aufnehme, bin ich doppelt unter Stress. Ich hab jetzt schon einen soliden Handschweiß von, sagen wir, dreieinhalb Litern. Da geht auf jeden Fall einiges. Ich komm mit dem Druck nicht klar. Ja, wir müssen mal sehen, ob wir das überhaupt hochladen. Das werden wir dann sehen. Wir laden nur die Runden hoch, die gut sind. Ja, wir schneiden einfach alles. Du schneidest einfach alle Kills, die wir in 20 Runden machen, hintereinander. Ach, jetzt verrat doch nicht alles. Ah, verdammt. Das hätte ich so schneiden können, das hätte das Publikum nicht mal gemerkt. Gemerkt? Dass wir nochmal ein Live-Letsplay machen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nö, aber wenn es sich anbietet, warum nicht? Ja, und dass wir mal wieder ein Spiel finden, wo wir beide Bock drauf haben. Das hatten wir zuletzt, ich glaube, es war im November 1953. Ja, damals. RS. Ja, RS, genau. Damals in Vietnam. Ja, das war ein bisschen später. Waiting for other players steht hier. Was das wohl bedeuten mag. Übrigens, was ich gerade ausgefunden habe, also nicht, dass es bei dir einen Unterschied macht. Ja, man schießt mit dicker Maus hast du, oder? Aber du kannst die Max-FPS einstellen. Ja, das stimmt, aber das macht bei mir keinen Unterschied, weil ich eh nicht am Lock. Wie man sieht, habe ich solide 40, das ist eh Müll. So, das Spielprinzip erklären wir einfach mal nicht, ne? 75 Grad, erster Hinweis, würde ich sagen. Ich habe ein Problem. Ja, er hat ein Ödem, würde ich sagen. Meine Maus ist da. Ich sehe meine Maus. Das ist wirklich nicht so gut, aber haben wir jetzt keine Zeit mehr. Ich glaube, ich habe schon Spieler gesehen auf 75. Auf der Straße. Oder? Ja. Am Pferd. Sind in der Scheune. Welche Scheune? Der Game ist schon wieder so schlecht. Deine Calls sind schon wieder zu kotz zu weg. Ja, 60 Grad immer noch. Nord-Ost. Ost-Nord-Ost. Wo bist du denn? Ich bin ein Sniper. Genau. Dann call doch mal einen hier. Auf der Straße, der Nächste. 75 Grad. Na, das fängt ja richtig gut an. Wo? Das ist eine Sparks. Nee, das ist keine Sparks. Im Gebüsch der Alten. Wir wollen ja keine plötigen Ausdruck benutzen. Also wir haben zwei Leute, ne? Einen an der Scheune. Die Maus nervt mich noch maximal, ne? Macht nichts. Wo ist der Typ? Ich habe nichts zum Werfen. Doch, ich habe eine Flash-Bomb. Ne, eine Frack-Bomb hätte ich sogar. Frack-Bomb. Stapes rechts von uns? Rechts von uns. Links. Links. Geil. Das war ein größeres Kaliber, ne? Auf der Straße. Auf der Straße. Eher Treffer. Wo? Ja, ist an der Scheune. Lad nach, Mann. Lad nach. Ich römel. Kick mich. Einer down. Rot. Und jetzt noch den auf 90 Grad. Jo. Aua, der hat voll gesessen. Treffer mit der Sniper-Push. Ich setze mir eine Spritze. Wieder Sniper-Treffer. Ich pushe, ja. Ich bin langsamer als du. Da kann er rechts nicht lang. Alter, was geht denn jetzt? Mein Maus ist weg. Link. Wo? Down. Okay, den Videoschnipsel können wir schon mal zeigen, der hat sich hier lohnt. So, die Frage ist, hat er noch einen gehabt? Alter, zwei Kills im Livestream? Was geht denn rund, ey? Ja, ich hatte ihn zweimal mit der Sniper. Ja, ja, klar. Kann ich mal ganz kurz in die Options gehen? Ja, dann option mal. Und wehe, du kommst hier raus. Wo ist denn der Butcher am Start, sag mal? Weiß nicht, schau mal. Cypress hat's. Sind wir weit weg? Nee, können wir es schaffen. Ich check nicht, warum meine Maus da ist. Also, Nord, West, West. Oder wir sagen, egal, Butcher. Nee. Ich könnte noch eine... Ja, da ist eine Kutsche unterwegs. Hype ist gegangen. Boah, die Maus regt mich maximal auf, ne? Ich habe Schüsse gehört, glaube ich, ne? Wo? Auf 300 Grad irgendwie, aber das... Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Best... Best Game ever. Ja, wobei die Zombies... Ist das eine Schritte? Ich muss mal kurz das Pferd erschlagen. Ja, ich bin dabei. Weg da. Ich bin dran. Verlieb dich. Nice. Warum ziehe ich meine Maus? Vielleicht mag er Discord nicht parallel. Leckt das ja nicht? Ne, 25 Millisekunden. Ich glaube, dass das da ist. Darminar. Ja, die Tore. Also, wir müssen noch weiter Richtung Westen, ne? Ja, ich sehe es. Ja, genau, genau. Wir sind bald durch. Wir sollten schön zum Ende kommen. Ich würde ganz gerne den Weg über die Kutsche noch nehmen, weil ich keinen Schuss mehr zum Nachladen habe. Wie viel Schuss hast du noch? 14. Nicht versprechen, oder? Mach ich. Wir gehen zum Ausgang. Reicht, meinst du? Mein Aim ist... Wenn wir zur Kutsche gehen, laufen die vor uns weg. Ja, aber die Kutsche ist doch direkt auf 12 Uhr. Ah, da. Also, die Zeit haben wir ja wohl. Ich mach den Feuerpäcker. Hallo. Das ist ein Jugendkanal hier. Genau. An der Kutsche einparen und so. Ja, ich mach den. Oh, ich hab kein... Stamina. Geil. Ich blede. Ich bin so ein Trottel. Äh, Hunde auf der Straße sind getriggert, ne? Ja. Die machen keinen Schaden, die scheiß... Sniper. Ich kann mich heilen, sehr gut. Du weißt schon, dass... Wir haben nicht aufgenommen, ne? Aber sie haben uns auch gehört, ne? Dass hier die Hütte ist, weißt du. Ja, ja. Wir kriegen Zombies von hinten, nicht? Das trifft Gott's mal. Ja, dann mach sie. Ja, dann mach sie. Ja, lass uns Richtung Ausgang gehen. Also, da abcachen, ja? Die können ja direkt übers Wasser auch abhauen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir sogar reingehen. Andererseits hören sie uns halt, ne? Mit der Sniper? Ich mach mit der Sniper halt nichts, ne? Du hast schon wieder einen Verbindungsabriss, kann das sein? Nö, ich bin da. Hallo, hallo? Ja, ich hör dich, aber... Hörst du mich? Ja, ja. Okay. Da hast halt einen Vetter auch drin, ne? Also ein Armord, der tut... Ja, willst du reingehen? Ich kann mit der Machete schon was halten. Wo? Ich. Hunde. Wir haben ein bisschen Angst, dass wir hier das so lange rumschimmeln und dann schön an den Rücken kriegen. Ja, komm, dann mach ich den Dicken jetzt. Save mich mal. Schüss, zwei. Alter! Schuss und links. Aber der hat aber gesessen. Alter! Down. Ah, der kam... Der war direkt vor mir. Ja, schöner Runde. Keine Chance mit der Sniper. Und ich muss irgendwas... Sorry. Ja, das war eine nette Runde. Ich geh mal kurz raus. Ich glaube, der kam mit dem Raustappen vorher nicht, klar. Das kann sein und du hast trotzdem keine gute Verbindung mit... Ne, ich tapp gerade auch raus und rein, also. Okay. Scheiß Runde. Ah, die Sniper spiel ich nie wieder. Ja, Sniper komm ich auch nicht mit, klar. Die hat ja auch das Scope und die Scope sind ja auch alle kaputt, vor allem. Ne, Sniper... ... vor allem musst du nicht spielen. So rum, vielleicht. Ein Tier 1 und ein Tier 2 habe ich gezogen. Sehr schön, das war's aber auch schon. Das war ja Teamarbeit. Äh, Entschuldigung, haben wir gezogen. Danke. So. Ja, das... Das war ein Machen. Ja. Macht dir halt einfach null Schaden. Also ich dachte, die Haut... Ich hatte beide, die du erschossen hast, habe ich einen Headshot gegeben. Und du hast die auch nur 2-3 Mal erschienen, treffen müssen. Ja, aber ich habe natürlich keinen Headshot gehabt, ne? Das kann ich natürlich so schon mal so sagen. Ich nehme wieder 2 Stamina-Vitality-Shots mit, würde ich sagen. Ja, warte, ich muss jetzt erst zwischen Scheiße und richtig Scheiße mir nach der Ausdruck. Töteln, ja. Mach das mal. Ja, ich bin durch. Ich habe hier Rasputin mit dem Rausche-Bart. Raa, Raa, Rasputin. Ich würde trotzdem die Spider alleine nehmen, glaube ich. Findest du? Ja, ich kann noch nicht mehr warten. Ja, ja, ich kann zuerst wieder das Spiel. Ja, ja, ich kann es nur den... Äh, in Fahid. Soll ich das Video eigentlich laufen lassen, oder soll man eine Pause machen bei 13 Minuten? Lass einfach laufen, oder? Ja. Wirst du... Boah, was soll ich damit das Sparks? Ist halt für dich gar nicht schlecht mit einem guten Aiming, ne? Einen Schuss und tot. Schießt du daneben, bist du halt tot. Ich nehme den billigen. Hm, billig. Also ich wäre dafür, wir machen Contract 1, die Spider alone. Da haben wir ein bisschen mehr Luft. Die Doppelkarten-Kombo ist halt relativ, ähm... Ja. Warum kann der auf seinem Large-Slot nur Medium-Waffen nehmen? Weil das wahrscheinlich ein Medium-Slot ist. Das erkennst du an der Länge des Balkens. Also für das Publikum mal hier unter uns. Ich kann das mal kurz zeigen. Für die, die sich doch mal für das Spiel interessieren. Hier oben sieht man die Slots. Und da drüber steht auch Large-Slot. Das Problem ist, wenn man recruitet, kann man das nicht unbedingt sehen. Man sieht aber, dass die zum Beispiel alles Medium-Slots sind hier. Nehmen wir doch den. Und man denkt, das ist ein Large, ist es aber nicht. Und dann steht man da wie Flo und sagt, warum kann ich keine Winfield tragen? Nicht wahr? So korrekt. In der Tat. Kann ich mal ganz kurz meinen... Nein, ich will keinen scheiß Daminar-Shot machen. Das Publikum ist schon wieder längst rausgetappt, ne? 14 Minuten sind gelangweilt. Ja, das kannst du ja schneiden. Ne, das schneide ich eben nicht. Ich will ja gerade nicht schneiden. Achso. Ja, dann hätten wir Pause machen müssen. Zu spät. Den Clip lasse ich jetzt so laufen. Wir sind ja unterhaltsam, nicht wahr? Okay, in white bitte. Schon längst unterwegs? Also nochmal. Ping! Was hast du jetzt als Loadout? Äh, Winfield. Ja. Ist auch das Beste, finde ich. Winfield ist nach wie vor super. Und die Winfield Swift mit den 15 Schuss ist halt auch ein ganz charmantes Gerät. Auch die, äh, Talon mit ihrem, äh, Nahkampfanker ist ganz geil. Allerdings. Messer hast du? Oder hast du denn bei... Ah, okay. Estimated maximum waiting time. Oh, wenn jetzt die Maus frei, wie er da ist, rast ich aus. Freilie! Also kannst du nicht spielen, wenn ständig der rote Zeiger auf deiner... Das würde mir aber auch eher auf den Zeiger gehen, ey. Mhm. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ach, es dauert schon, ne? Ich hol mir mal zum Trink. Toll. Muss ich ja alleine hinterhalten, oder wenn? Nö. Ich kann ja mein Headset mitnehmen. Ja. Also für diejenigen, die das Spiel noch nie gespielt haben, äh, in der Zeit kann ich's ganz kurz erklären. Also das Spiel geht darum, dass es logischerweise einen Boss gibt. Es ist quasi ein PvP-slash-PVE-Multiplayer-Shooter. Und es geht darum, dass man Hinweise einsammeln muss. Und wenn man drei an der Zahl hat, weiß man, wo dieser Boss sich versteckt. Es gibt zwei Stück, den Butcher und die Spider. Und wenn man den legt, dann, äh, kann man, äh, das Banishing starten. Ja, bleiben wir mal oben. Wobei Port Rica echt assi ist. Wollen wir runtergehen? Oder bist du nicht am PC? Ich bin da. Lass uns runtergehen. Runter? Ja. Und, ähm, dann, das Banishing ist das Problem, wenn man das startet, können alle Spieler auf der Karte den Ort sehen, wo das Banishing stattfindet. Dann dauert das, äh, gefühlte dreieinhalb Zeitstunden. Dann kann man die sogenannte Bounty aufnehmen. Und mit der Bounty muss man dann eben aus einem von drei Ausgängen entkommen. Und das Problem ist, solange man die Bounty trägt, die man auch nicht mehr freiwillig abwerfen kann, wird man ebenfalls gesehen. Man wird auf der Karte markiert mit so Lichtblitzen. Die sind nicht genau auf dem Standort markiert, aber, äh, schon ziemlich genau ortbar, in welche Richtung du flüchten willst. Und wie, äh, ich im Steam-Reviewer schon schrub, läuft das Spiel sehr stark, schrubte, läuft das Spiel ja sehr stark über Antizipation. Das heißt, welchen Ausgang nehmen die wohl? Wo gehen wir wohl hin? Ähm, und das mag ich persönlich sehr. Außer, in dem ist das Setting natürlich einfach, ähm, wie sagt man so schön im Neudeutsch, Awesome Sauce. Ich finde, äh, das läuft auch sehr viel überall, äh, Audio. Macht sehr viel von dem Charme auch genau aus vom Spiel. Hast du den Hinweis ja schon erwähnt? Ja. Ich hab dir nicht zugehört. Das ist nichts Neues für mich. Weder beruflich noch privat. Hier wird generell nicht zugehört. Nee, darum geht es leider. Seid nicht noch mal schön. Ja, toll. Das, äh, Basti von unserer Breite. Waiting for other players. Ja, ich, auf mich warte ich nicht. So, jetzt kommt aber noch mal eine richtige Awesome Runde. Awesome in your face. Die ging aber eben echt zur Sache, ne? Ja, vor allem noch zwei Sekunden, äh, der Butcher ist schon geslade, plus gleich, äh, ähm, ich würde sagen, 60. Die blauen Punkte sind, ja, aber die auch sagen. Ich hab keine Maus mehr, übrigens. Nicely doon. Falls sich jemand wundert, was der nächste Hinweis ist, wo wir hingehen. 60, oder? Ja. Falls sich jemand wundert, warum wir wieder hier spawnen, das kann man auswählen. Das ist aber random verteilt und diesmal haben wir Glück, dass es wieder an dieser Ranch ist. Handmann. Alter, hast du ne schöne Jacke an. Ja, und du kleckerst sie voll. Das sind ein paar Zombies hier, ne? Fangen wir rechts an. Ja, ich mach, ich mach. Ja, ich mach, ich mach. Geiler Typ. Ganz großer Sport. Ganz großes Team, das sag ich da bloß. Schöße, äh, 350. Ja, hätte ich abgedacht. Ich muss mal kurz ein bisschen lang sein können, ich muss da mehr. Und was für ein Geballer? Da ist schon wieder, Leute. Das kann er nicht. Hive, ich mach. Danke. Waren das meine Schritte, oder? Da drin waren doch Schritte. Ja, klar. Das waren Spielerschritte. Ja. Sälst du mich mal? Ich kletter mal hoch. Das kann nicht sein. So schnell kannst du hier nicht rein. Okay. Ja, das hat jetzt wahrscheinlich jemand gehört, ne? Vermutlich. Hinweis ist hier unten drin. Ich glaube, wir müssen sie runterspringen, ne? Zack. Alter, hätte ich den ja beide überlaufen geschossen. Hier ist der Hinweis, ne? Sicher? Ja, ja. Hier, hieb' den mal. Ja, wir haben einen Freiwahl Richtung Norden. 0,285. Norden. Würde ich auch sagen. Hühner sind wild, ne? Also nicht ganz wild. Das waren... Warst du da? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir vorsichtig. Nehmen wir hier raus. Bei mir. Ich hoffe, dass das ein Zombie war. Über die Brücke hier oder durchs Wasser? Ja, wir können hier, glaube ich, durch. Ich glaube, so langsam wirst du hier nicht, wenn ich mich an die Erinnerung. beides. Bleibst du stehen oder bist du raus? Äh, ich war stehen geblieben. Kurz vor Puste. Obendrauf am Krematorium. Okay. ich könnte die waffe auch werfen das wäre auch eine option bitte hast du was gesagt lustig dass du sagst denn er eben wäre gerade schlecht ich gehe mal hoch hier ruckelt es aber auch gar nicht ja da schießt was dick ist im westen ja das ist doch mal hingehen ganz auf dem hinweis are you with me noch nicht jetzt hunde vor uns nicht getriggered ja winfield das sind zwei hunde kann ich sehen dicker vor uns auf der anderen flussseite 270 wissen wir ja auch nicht doch genau dahin müssen wir aber ich denke den können wir überhaupt nicht vor uns close dick war nicht auf uns ich glaube ja links rum 180 grad süden treffer ich bin im wasser ich bin im wasser ich bin im wasser du kannst es probieren mich zu holen er ist aber nicht alleine es sind zwei ich bin im wasser das ist jetzt heute du bist witzig ey warum ich ein armort rechts neben mir habe und ein baum der kein schutz ist du hast du noch schritte außer den armort nö soll ich zu dir probier's hat doch so keinen wert langsam ich glaube die haben mich führen wir haben ein anderes team bekämpft weil ich mit viel glück halten die mich für nennen warte mal in safer distanz und tu mal also mittel distanz und scope mal um mich rum ab vorsicht der hat eine schotte am pferd das war aber weiter weg mit geduld hab ich nicht wenn die denken dass das team komplett tot ist um mich rum ja dass ich allein war kannst du mich safe aufheben aufheben ich bin jetzt bei dir gut dann geh aufhört nein spieler gehört er kämmt hast du dynamit oder so und schritte ort nicht hören ich habe ihn schatz war zu früh jetzt jagt er mich weil er eine schotte hat kommt kommt rennt ich glaube ich Richtung fluss gerannt glaube ich ist gerade weg komm 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 wo 300 ja ungefähr das eben verschwunden also das heißt weil er weitergelaufen ist 310 330 lassen immer noch ein dicker und es kann sein dass sein kollege im osten ist was machen wir ich sehe ein tod schönes ding das war der die frage ich glaube du hast den verfehlt brennt zumindest nicht eindeutig aber das ist er nicht es war einer schlüssel das war auch auf uns oder ja aber weit der dicke macht das ganze hier nicht einfacher half links richtung westen könnten wir weitermachen überhaupt ich muss schon wieder die hose wechseln meine güte schüsse ich weiß nicht von wo andere flussseite oder ja ich bin ein bisschen offen aber es ist eine wind field also so gut wird er mich nicht treffen jetzt hat er auf mich schießen wollen siehst du von wo nein er kann mich auf jeden fall sind hinter dem baum er grobe richtung 135 er schießt auf mich das ist aber weiter eher richtung 120 oder ich hab mal kurz die halb kaputt gemacht ja von deiner position ist natürlich 120 klar wollen wir sie pushen ist glaube ich scheiße keine ahnung wo der schießt deswegen wir können also wir müssen ja nicht in seine richtung wir können jetzt entweder westen oder norden machen aber er hilft das ein teammate auf und wir haben zwei leute wieder der rolle der rolle oh gott ist halt am arsch der welt aber wir kommen zu wo wo von wo schießt denn die ich würde sagen den können wir trotzdem jagen oder wird wahrscheinlich in der schorne sein so ein bisschen deckung vor allem ja das ist aber treffen sollte er nicht der hat gesessen ungefähr straße treffer abgehauen jetzt und da ja doch nachdem wieder haben die gleichen stelle vom zaun wieder treffer ich gehe durch den zaun durch headshot sollte tot sein er hat geschrien ich gehe trotzdem hin ich check das aus vor allem wir wissen ob er alleine ist ich glaube es aber das könnte auch immer noch der kollege von ihm sein dann würde ich sagen zum nordöstlichen oberen ausgang ja blanchett kreis meinst du balancen kreise schöner fahrer ja ich bin langweil ich habe wieder keine erschossen ja das habe ich ja sogar schwarz auf hier bunt kann ich machen wenn du willst immer den kopf abschnebeln so scheiße ja wenn die da hast du dich raus bei denen doch ich habe gerade auf den kopf gezielt hat aber nicht mach ich hinter dir Ja, der kommt aber nicht hoch auf den Steg. Stimmt nicht. Vorsicht, da können aber auch mehrere Spieler kommen, wahrscheinlich auf die Idee, die da abzukehnten. Die laufen erst mal nach oben. Die gehen also an den Karten ran. Und zu packen Decken? Guck mal ein Camofon an, man weiß nicht. Was heißt das für den Arsch? Hast du auch Dynamit? Nein, ich habe nur eine Frag-Pomp. Die hat leider nicht so viel Damage. Ja, aber sollen wir das richtig dreckig machen und uns hier beim Exit abkämpfen oder davor? Dann kannst du auch an wie die laufen. Ja, sie sind jetzt bei Reynard Mill & Lumber. Also würde ich sagen, wir orientieren uns am Wasser. Wir müssen noch ein bisschen, ne? Ich habe reine Half-Bar weniger, ne? Ich weiß. Ich habe kurz mal Stamina offen. Wir sind fast da. Eigentlich sollten wir ein bisschen nach Norden. Wo laufen die? Oh Scheiße, die sind schon übers Wasser drüber, wo ich sie abfangen wollte. Ja, die kommen wie gesagt aus Nord-Nordöstlicher Richtung, ne? So, jetzt Vorsicht, dass wir nicht vom Abcampern ab... Ja, das sollte die sein. Mh, glaube ich nicht. Doch, safe. Ja, das sind die. Nee, sind sie nicht. Oh Gott, wir haben hier Geburtstag. Ja, komm komm komm. Machst du den? Schaffst du den nicht? Mach den Feuertypen! Das ist wirklich so schrecklich. Ich dachte, ich würde parallel aufnehmen, das geht gar nicht. Warum? Weil ich nix treffe gerade. Selbst die Machete treffe ich nicht. Okay, die sind kurz vor uns da. Also die sind kurz... Machen wir Trigger-Disziplin oder schießen, wenn wir sie sehen? Wir schießen, wenn wir sie sehen. Jo, ich sehe sie auf der Straße. Hit! Hit! Straße 90. Das sind andere Schüsse auch, ne? Ja, ja. Auf der Straße wieder. Hit! Ich sehe sie nicht. Ja, jetzt sehe ich ihn. Hit! Schwarzer Hut! Ja, Hit! Hat zwei kassiert. Der hat sich gleich. Ich muss mir schnell eine Spritze rein dödeln. Rechtsrum sind sie jetzt. Boah, die haben noch einen... Die sind zu... Die haben... Alter, das tut weh hier gerade. Wow, ich bin fast down. Noch eine Spritze. Die umlaufen uns, ne? Die sind zwei Teams jetzt. Rechtsrum und linksrum. Okay, wir laufen... Wir laufen weit links. Komm rüber. Die haben dich da. Ja, das sind zwei Teams. Unser Team, was er escapen will, ist rechts. Komm zu mir. Die sind aber am Boot, ne? Aua. Wird das noch? Bist du das? Wir dürfen... Wir müssen hier weg, ne? Sonst triggerst du den Ausgang. Schnucki, was, was? Hier rein. Ich kann nicht weg. Ja, jetzt nochmal. Das ist geil. Ich bin voll auf offener Flecke hier. Ja? Du musst auch Hinterboot durch, ja dann. Ja, ich wollte ja nicht so dicht am Boot dran sein. Ich bin links zum Circle. Ja. Wo? Äh... 165. An der alten Hütte, wo ich eben noch mich dahinter versteckt hatte. Alter, hab ich. Down! Einer ist down. Einen hab ich. Da sein. Oh, die sind zu weit. Da zieh dich zurück. Schau mal, ob du zu mir kommst. Ich komm da nicht hin. Der zieht mich jetzt. Wow. Alter. Okay, die kriegen mich. Ja, down. Keine Chance. Jetzt hat er ja. Zwei Teams ist halt hart. Zwei Teams, die sich aber nicht untereinander bekämpft haben, ne? Ja. Also das hab ich nicht verstanden. Mhm. Aber einen hab ich. Einen hatte ich, ja. Das heißt, wir hatten in der Runde zwei. Ich werd doch nicht abhauen sollen, aber... Ich musste da weg, weil von beiden Seiten, das hältst du eh nicht. 18 Grunts, kann man machen. Tier 1 haben wir. Zwei Tier 2. Ah, der Betteli-Karabiner, der ist einfach nur Schatz. Ja, das war doch mal ne nette Runde an Showdown. Dann würd ich sagen, 41 Minuten. Bis zum nächsten Mal, wa? Tschö, tschö. Bis zum nächsten Mal.